Hallo und willkommen zu einer weiteren Let's Play Runde zu Jagged Alliance 3. Dieses Mal allerdings als Solo-Abenteuer. Wir werden mit einem einzigen Charakter, dem Nels hier, versuchen das Spiel von Anfang bis zum Ende durchzuspielen, also bis zum Abspann. Das heißt aber nicht, dass wir alle Quests machen werden, ganz im Gegenteil. Wir werden viele Quests auslassen und ich werde auch Dialoge und so weiter wegklicken, das Intro wegklicken und so weiter. Falls ihr das sehen wollt, könnt ihr euch mein vorheriges Let's Play anschauen. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich alles versucht zu machen. Also sämtliche Quests und auch natürlich die Dialoge, die Charaktere immer haben, aussprechen lassen. Das machen wir jetzt anders. Wir konzentrieren uns wirklich darauf, das mit dem Nels von Anfang bis zum Ende durchzubekommen, mit einem einzigen Charakter. Das heißt, der Kampf steht im Vordergrund und die Herausforderung, diesen Kampf, diese Kämpfe hinzubekommen. Das war was, was mir bei dem vorherigen Playthrough etwas gefehlt hatte. Das war zwar auch auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, aber man ist halt doch irgendwie im Geld ertrunken und dadurch, dass es auch keine Limitierung gab, wie viele Söldner man mit in eine Mission, eine Karte genommen hat, konnte man theoretisch auch jede Karte mit 18 Leuten oder so machen. Das wird jetzt hier durch diese selbst auferlegte Solo-Restriktion, bei der es auch am Ende einen Erfolg gibt, eben nicht so sein, sondern wir werden eben schauen, dass wir, ja, dass wir harte Kämpfe irgendwie meistern. Und dafür werden wir aber auch Laden und Speichern wohl häufiger benutzen müssen. Zu den Einstellungen komme ich gleich noch. Ich habe auch noch vor, dann nochmal ein volles Let's Play zu machen. Das wird aber wahrscheinlich dann erst im halben Jahr oder einem Jahr passieren, wenn denn noch weitere Patches ins Land gezogen sind und vielleicht noch weitere Content-Updates dazugekommen sind, wo sich dann, oder sagen wir einfach mal DLCs oder Expansions oder sowas, wo sich dann ein bisschen mehr geändert hat, dass es auch mehr Wiederspielwert hat, dass beim neuen Durchspielen was Neues dazukommt. Wir spielen das Ganze jetzt hier unten, könnt ihr sehen, in Patch 1.2-Version. Und zu diesem letzten Patch werde ich auch noch ein bisschen was erzählen. Da haben wir auch hier jetzt eine Update-Übersicht. Der Patch heißt Buns. Da werde ich aber gleich nochmal drauf zurückkommen, was denn die Einzelheiten von dem Patch sind, ohne jetzt auf alle Bug-Fixes da einzugehen. Auch wieso ich mich für den Nails entschieden habe, werde ich gleich noch erwähnen. Wir gehen jetzt erstmal und erstellen ein neues Spiel. Das ist der Solo-Nails. Und wir werden hier auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und hier auch versuchen, an unterschiedliche Achievements ranzukommen. Zum einen versuche ich das bis zum 1. Mai durchzubekommen, also das sehr schnell quasi in der In-Game-Zeit. Und zum anderen hier das Achievement für den härtesten Schwierigkeitsgrad, weil das eigentlich halt ziemlicher Quatsch ist. Ich glaube, das haben die Entwickler auch übersehen. Tod ist Tod, das klingt halt danach, dass es Iron Man ist, ist es aber nicht. Und Tod ist Tod wird dadurch einfacher, indem wir bis zum bitteren Ende auch anmachen, weil das bedeutet, dass wir im Kampf nicht speichern können. Das bedeutet aber auch, dass das Spiel nicht automatisch speichert im Kampf. Und damit wird es halt wieder einfacher. Also wir machen das aber jetzt so und ich habe außerdem automatisches Speichern ausgestellt. Und das bedeutet auch, dass wir quasi jederzeit außerhalb des Kampfes manuell speichern können. Und auch als Quick-Safe. Wir haben im Endeffekt zwei Safe-Slots. Den manuellen Safe-Slot und den Quick-Safe-Slot. Aber den manuellen Safe-Slot haben wir nur, wenn wir den zuerst benutzen vor dem Quick-Safe-Slot. Ein ganz seltsames und bescheuertes System, aber so ist es. Also wir spielen theoretisch als Iron Man, aber das hat eigentlich überhaupt nichts mit Iron Man zu tun. Nur damit ihr wisst, wie das Ganze hier funktioniert. Die einzige Restriktion ist, dass wir nur zwei Spielstände haben und nicht frei 10, 20 Spielstände erstellen können. Tutorials anzeigen? Nein. Zielen, Action-Kamera? Ja. Das ist aber nur Fluff. Und damit starten wir das Spiel. Wie gesagt, viele Sachen werde ich hier wegklicken. Wenn ihr das Ganze vollständig sehen wollt, empfehle ich mein anderes, mein volles Let's Play. Wieso Nails? Der Nails hat diese Nahkampffähigkeit, dass der Unterbrechen Angriffe ausführen kann, wenn ein Gegner ranläuft und wegläuft. Oder wenn ein Gegner ranläuft und dann zuschlägt, dann kriegt er eines von dem Nails gewatscht. Und ja, das ist eben ziemlich stark. Damit kann man im Nahkampf doch dann einiges reißen. Da werden wir aber dann, ja, uns das, äh, am Anfang werden wir noch andere Waffen dazunehmen müssen. Denn der hat einen ziemlichen Nachteil, dass der Beweglichkeit nur 60 hat. Wenn man einen selbst erstellten Charakter verwendet, der hätte diesen Nachteil nicht. Und der könnte gleichzeitig die Trefferchance bei Nahkampfwaffen auch noch erhöhen durch einen weiteren Perk. Also ein IMP wäre stärker, aber ich finde das mit einem Nails ist irgendwie cooler. Und deshalb nehmen wir jetzt den. Der hat außerdem hier natürlich den Vorteil, dass er diesen Bulldozer, ähm, Goldperk schon hat. Obwohl der da eigentlich gar nicht drankommen würde mit nur dreien, also mit zwei vorher. Ähm, dann ist der Klaustrophobisch, das ist natürlich nicht so toll. Ähm, Psycho, ja, das macht jetzt auch eigentlich keinen Unterschied. Das mit dem Blutdurst, damit macht er eben mehr Schaden, nachdem er einen umgebracht hatte. Ist jetzt für uns wahrscheinlich am Anfang hilfreich. Danach wird das ziemlich irrelevant. Der Nails hat außerdem eine recht hohe Treffsicherheit und ist auch mit Technik und Sprengstoff ganz gut. Gut, Medizin 11 ist zwar nicht so wahnsinnig viel, der kann sich also auch nicht selber verarzten. Der bräuchte dann noch neue Punkte, um das machen zu können. Ähm, ich werde auch versuchen, gerade am Anfang Wunden zu vermeiden, um halt dieses Ziel vom 5. Mai zu schaffen. Ähm, 1. Mai zu schaffen, damit wir, ähm, da nicht Zeit verschwenden, um Wunden zu heilen. Und theoretisch für härtere Kämpfe dann auch noch die Option hätten, diese, ähm, Wunden kassieren zu können. Ja, Geld ist kein Problem. Ähm, aber wir müssen uns damit natürlich auch, ja, ich sag mal, beeilen. Also wir haben natürlich schon Unkosten. So, dann speichern wir auch direkt mal ab, bevor ich das vergesse und auf Quick Save, ähm, haue. My Save Game. So. Und jetzt kann ich hier noch Quick Safen zusätzlich. Und wenn ich jetzt lade, könnt ihr dann auch mal sehen, habe ich jetzt hier zwei Spielstände. Ihr könnt auch sehen, dass ich vorher schon mal mit dem Nails probiert habe. Also wir haben zwei, ähm, Spielstände und darauf sind wir auch limitiert, auf diese zwei. So, dann werden wir mal jetzt, äh, mit dem Nails anstranden. Und zu den Patches werde ich auch gleich noch was sagen, wenn wir in die nächste Zone kommen und da erstmal ein bisschen Leerlauf haben. Jawohl. Wir haben mit dem Nails am Anfang kein Messer. Das Messer, das bekommt man dadurch, dass man den INP, also den eigenen Charakter erstellt. Wir müssen also mit unserer Faust und diesen Sech... äh, mit den... mit den 14 Schuss erstmal auskommen. Und ihr werdet jetzt hier auch direkt sehen, dass der Nails... Ähm, super schnell entdeckt wird. Also wenn wir... Äh... Da, aus der Entfernung, wird der Nails jetzt schon gesehen. Ich werde jetzt hier einfach vorbeilaufen. Wir könnten versuchen... Ja, aber da hinter den zu kommen... Der hat eine ziemlich hohe Sichtweite und wir können die Sicht nicht, ähm, blockieren irgendwie. Wir könnten uns hier hinterstellen, aber ich glaube, das Sinnvollere ist, das von hier aus zu versuchen. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir da ranschleichen. Also ran, weil damit wird man weniger schnell gesehen. Dann gucken wir mal, wie nah wir rankommen. So, das muss reichen. Jetzt werden wir den, ähm, mit den... ne, den machen wir mal nicht. Werden wir mit dem Doppellauf, werden wir den jetzt hoffentlich direkt umschroten. Und die anderen haben davon nichts mitbekommen, weil wir so weit hinten sind. Ähm, die Waffe... Die Waffe ist nicht so laut, wie das Gewehr, dieses Sniper Rifle, die erste, die man finden wird. Das auch noch, äh, ein Faktor gleich spielen wird. Also den ersten haben wir ausgeschaltet. Jetzt müssten wir uns um die beiden kümmern. Und, ja, das könnten wir entweder von der Seite... Dann würden wir aber... Ich glaube, ich mach das von der Seite. Da werden wir auf jeden Fall, weil die in die gegengesetzten Richtungen gucken, wenn wir da auch jetzt nichts mit, ähm, Backstabben machen können. Und ohne Messer ist das sowieso nicht so wahnsinnig zuverlässig, sag ich mal. So, wir wären jetzt da nah ran. Und werden die beide hiermit treffen. Ähm, ich schieße mal nur mit dem... mit dem geringsten. Oder sogar hiermit. Dann könnten wir noch mit fünf... Wir machen noch was anderes. Na, eventuell könnten wir die sogar damit umpusten. Wir machen mal den. Den einen hat sogar gekillt. Das war aber eher Glück. Und der ist aber schon am Bluten. Jetzt gehen wir... Ich weiß nicht, ob der auf mich schießen wird. Der ist schwer verletzt. Ist der in Reichweite? Ja, gerade so. Ich glaube, das funktioniert. Na, das hat nicht funktioniert. Okay. Und kaputt geblutet. Ja, damit hätten wir den ersten Kampf erfolgreich bestanden. Und... Oh, die haben beide Loot mit. Was wir bräuchten, ist ein Messer. Es gibt eine geringe Chance, dass da ein Messer drin ist. Da haben wir auch tatsächlich eins. Damit wird der nächste Kampf ein bisschen einfacher. Spätestens in Ernie wird man aber auf jeden Fall ein Messer finden. Das brauchen wir nicht. Jetzt werden wir erst mal mit Bastian reden. Wie gesagt, ich werde die ganzen Dialoge wegklicken. Außer wenn Nails was zu sagen hat. Ähm, Zivilist? Ach, wirklich? Naja. Erzähl uns über diese Legion. Was weißt du über Emma? Ich glaube, das brauchen wir alles nicht, theoretisch. Aber ich klicke mich da mal durch. Ja, ja, ja. So, du gehörst zur Legion. Ja, und dann rück die Diamanten raus. Wichtig ist vor allem immer, dass wir die Erfahrungen mitbekommen. Jetzt haben wir hier zwar keine Erfahrungen bekommen, aber auf denen werden wir nochmal treffen. Und dann werden wir schon Erfahrungen bekommen. So, Diamanten. Hier bekommen wir jetzt noch Heilzeugs. Das ist auch nützlich. Und dann haben wir nochmal Scrap bekommen. Und dann werden wir jetzt mit Emma reden. Achso, wir können hier unten erst noch diese Box uns noch anschauen. Ich glaube, da ist Scrap drin und eine Flair. Die Flair brauchen wir jetzt nicht. Ja, genau. Das nehmen wir mit. Der Vorteil beim Nails ist eben auch noch, dass er selber Mechaniker ist und damit auch Sachen modifizieren kann. Wir können, glaube ich, auch... Moment, da speichere ich jetzt mal. Die Schrotflinte werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was verwenden. Standardlauf, verkürzter Lauf oder verlängerter Lauf. Aber da können wir keinen Schalldämpfer drauf bauen. Und wir bräuchten aber auf jeden Fall ein Stahlrohr, um da was machen zu können. Erkbares Gerät. Und dann klicken wir uns hier mal durch. Mit denen wären wir fertig. Das Geld brauchen wir nicht. Ja, ja, wir sind super professionell. Bla, 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 bla. Wer ist der Major? Blub, 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 blub. Erzähl uns über Ernie Island. Okay, und fertig. Gut luck. Und damit haben wir hier alles abgeschlossen erst mal. Da können wir natürlich jetzt noch nichts finden, weil wir die Quest nicht haben. Und bei dem anderen Kram fehlt uns auch Technik und so, um das überhaupt zu sehen. Oder mehr Intelligenz. Okay, damit sind wir hier fertig. Können direkt weiterziehen. Wie gesagt, das Messer, das könnte was ein bisschen vereinfachen, aber nötig ist es nicht. Aber es ist halt ein bisschen wahrscheinlicher, dass man die Gegner mit dem ersten Stealthangriff sofort erledigt. Mit der Faust ist das ein bisschen kritisch. Was hat sich mit dem Patch geändert? Der Patch hat zum einen eingeführt, so als Hauptfeature, dass wir die Kämpfe beschleunigen können. Also wenn die KI am Zug ist, können wir quasi so einen Knopf rechts unten drücken. Und damit werden die ganzen Animationen schneller gemacht. Das gibt es beispielsweise bei King Arthur auch, bloß dass man bei King Arthur dann die Leertaste dabei halten muss. Und hier ist das halt so ein Austoppel. Ähm. Dann, als wären die erst mal reden. Jetzt haben wir das aber abgebrochen. Okay. Die werde ich jetzt noch nicht angreifen. Was hat sich noch geändert? Die Berechnung von den Treffern ist ein bisschen geändert worden. Vorher war es so. Also es gibt immer diese ballistische Berechnung, wo die Kugel entlang fliegt. Aber vorher war es so, wenn man beispielsweise auf den Kopf gezielt hat und daneben geschossen hat, dann hat man immer daneben geschossen, dann hat man den Charakter nie, also den Gegner nie getroffen. Jetzt ist es so, dass man theoretisch auch ein anderes Körperteil treffen kann. Also das ist damit auch realistischer. Ja, und möglicherweise werden Bürstangriffe damit stärker. Ähm. Die sollten wir direkt, äh, nachladen. Übrigens, äh, das Ding ist deutlich lauter als das. Also wenn man hier leise sein will, dann sollte man nicht das Gewehr hier direkt verwenden. Damit lockt man den auf der Brücke und damit auch alle anderen an. Wir werden erstmal die beiden hier ausschalten. Und das ist schon auch ein bisschen kritisch. Mit Nails, weil der so ein schlechter Sneaker ist. So. Ähm. Dann zu den anderen Änderungen. Ähm. Ricochis, also Abprallschüsse. Das war vorher rein kosmetisch. Jetzt können die theoretisch noch Schaden machen. Dann gibt's hier diese... Man kann ja mit I das Inventar öffnen und mit einer anderen Taste diese Skills öffnen. Aber vorher war es so, wenn man jetzt wieder I drückt fürs Inventar, dann hat das nicht funktioniert. Sondern man musste von hier aus zuerst es beenden und dann wieder in das Inventar rein. Das war ein bisschen umständlich. Äh. Das hatte ich selber sogar als, äh, Vorschlag eingeschickt. Kann auch sein, dass die das daraufhin geändert hatten. Die haben ja hier dieses Feature mit Fehlermeldung und da drüber kann man auch Vorschläge schicken. Man kann die aber auch im Discord, ähm, schicken. Eine andere, äh... Eine andere Sache, die ich da bemängelt hatte, war, dass man beim Entschärfen von, ähm, Fallen kann man nicht sehen in der deutschen Version, ob das, äh, eine Sprengstofffalle oder eine mechanische Falle ist, weil die einfach dasselbe Wort verwendet haben. Ähm, jetzt ist es aber so, dass unterschiedliche Fallentypen auch unterschiedliche Symbole haben. Also das Wort ist wahrscheinlich immer noch gleich, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls gibt's da jetzt unterschiedliche Symbole und, ähm, damit kann man das jetzt direkt, äh, identifizieren. Es ist außerdem so, dass bei Minen, das hat mich ja auch immer wieder gestört, wenn man die Mine gefunden hat und andere Leute dann noch drüber gelaufen sind, die haben die Mine dann ausgelöst. Also egal, ob man die vorher gefunden hat oder nicht. Und jetzt ist es so, dass die dann stoppen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Es ist jetzt noch immer noch nicht das Allheilmittel, weil man, wenn man beispielsweise mit einer Firmantruppe rumläuft und der Sprengstofftyp aber hinten ist, dann lösen die Mine trotzdem aus. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Und, äh, noch als letzte Sache, die ich erwähnen möchte... Achso, Overwatch-Anzeige habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, oder? Weiß ich jetzt nicht. Wenn man Overwatch hat, kann man sehen, wie viele Schüsse da noch übrig sind. Und dann als letzte Sache wollte ich noch erwähnen, dass auch die Gegnerangriffe auf der strategischen Karte jetzt häufiger sein sollen. Ähm, ja, wird jetzt für uns wahrscheinlich sowieso keine Auswirkungen haben, weil wir auch keine Miliz ausbilden werden. Ähm, der Typ ist verhältnismäßig schwach, sage ich. Mal. Der Typ ist... Bösartig. Wenn man hier alleine unterwegs ist, dann... So wenig Aktionspunkte hat wie dein Nails, dann ist dieses Pin-Down von ihm äußerst böse, weil man dagegen dann nichts mehr machen kann. Und dann frisst man den Schuss. Und das sind dann direkt 30 Schaden oder so. Wir warten jetzt mal, dass der auf Seite läuft. Und wir versuchen, den direkt abzumetzeln. Wenn der uns jetzt kurz sehen sollte, ist das in Ordnung. Ich habe ein paar Sachen hier oben. Ja, das wird sehr eng. Aber wir sind jetzt an ihm dran. Und er will jetzt weglaufen. Und damit hat... Habt ihr gesehen, hat mein Charakter direkt einmal zugeschlagen. Und das ist eben diese Spezialfähigkeit von dem. Wir gehen jetzt da rüber. Greifen den nochmal an. Damit sollte der im Eimer sein. Und dann werden wir hier tarnen. Und das auch noch ansammeln. Jetzt wird der wahrscheinlich noch nicht mal angreifen können, weil der nicht weiß, wo wir sind. Doch konnte er... Oh. Das hat aber keine Wunde verursacht. Okay. Dann laufen wir da hin und netzen den ab. Und Matsche. Dann bandagieren wir mal. Na, da hatten wir jetzt mit dem, äh... Dass wir noch getroffen werden, ein bisschen Pech. Aber insgesamt hatte das dann doch ganz gut funktioniert. So, fertig. Scrap können wir mitnehmen. Das ist aber abgeschlossen. Wir haben aber auch keine Brechstange. So, 500 erhalten. Ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ähm, jetzt müssen wir... Haben wir noch vier weitere Gegner. Und da müssen wir ein bisschen anders planen. Denn wir könnten die theoretisch auch alle von hier umpusten. Aber das würde, glaube ich, ziemlich böse werden. Ähm, die Typen, die klettern halt hier recht schnell hoch. Und, ähm... Na, dafür könnten die uns natürlich von weiter unten nicht angreifen. Wir könnten theoretisch den hier mit umpusten. Wir probieren das vielleicht mal so aus. Das heißt, wir warten jetzt erstmal, bis der hier zur Brücke angelaufen gekommen ist. Ich glaube, der läuft ein Stück weiter, oder? Ich meine, der läuft bis zur halb, bis zur Brücke oder so. Ähm, hier unten steht halt auch noch einer. Na, das ist aber ein Stück zu weit weg, als wenn wir da gescheit treffen könnten. Auch mit der Cypher. Mit der Schrottflinte natürlich sowieso nicht. Okay, machen wir das anders. Wir wollen auf jeden Fall, dass die verteilt ankommen und nicht alle gleichzeitig. Einzelne ausschalten. Bei dem kann es theoretisch funktionieren, dass wir den Einzelnen wegbekommen. Aber... Die Chance, dass die anderen dadurch getriggert werden, ist verhältnismäßig hoch. Und deshalb probieren wir das anders aus. Und zwar von... Hier aus. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Idealerweise sollten die auch ein bisschen auseinander sein. So, das ist gut. Jetzt werden wir den... Den direkt umpusten. Genau. Der weiß aber nicht, wo wir sind, oder? Doch, der weiß, wo wir sind. Okay, wir sind aber hier in Deckung. Hm. Die anderen werden jetzt auch rankommen, aber die... Der... was? Der versucht ernsthaft, uns von da mit einer Pistole anzuschießen. Ist nicht der Klügste. Ähm... Dann der Nächste, bitte. Da haben wir natürlich jetzt zwei. Dafür können wir aber jetzt auch... Ähm... Ja, wir könnten auch noch weiter weglaufen. Den da zu treffen... Ist möglich, aber es ist... Ein bisschen zu... Unwahrscheinlich. Ich würde ganz gerne... Ähm... Punkte sammeln. Wir gehen mal da hin. Da sammeln wir jetzt zwar auch keine Punkte, können uns aber tarnen. Bin mir noch nicht sicher, ob das was bringt. Aber es sieht ja noch aus. Dann sparen wir jetzt Punkte. Wir werden den Nächsten entweder mit einem Gewehr oder... Ja, mit dem anderen Ding an Platt machen. Dann... Machen wir hier weiter. Ja. Wer hätte jetzt maximal... Oder wer hätte wahrscheinlich auch nur ein Streifschuss werden können. Der andere ist noch irgendwo weit weg. Ähm... Wie viel brauchen wir zum Schießen? Sieben. Dann würde ich sagen, schieß doch mal nur mit acht. Und dann können wir immer noch... Einen Overwatch bauen, dass der... Wenn der Nächste ankommt, dass der auch umgepustet wird. Und... Damit haben wir alle umgebracht. Das hat ganz gut funktioniert. Da können wir jetzt auch aufstehen. Äh... Das können wir nachladen. Und... Ja, das war's dann hier auch. Da haben wir noch was zum Looten. Eine Zange. Und eine Granate. Okay. Aber mehr ist dann hier auch nicht. Und damit geht's weiter nach Ernie. Unserem ersten Ziel. Wir werden die beiden Zonen nicht machen. Theoretisch könnte man hierhin für Didi. Ähm... Und Didi umbringen quasi. Beziehungsweise sie sprengt sich selber in die Luft. Ähm... Weil überzeugen aufzuhören können wir mit Nails nicht. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Wir werden da gar nicht hin. Wir werden... Äh... Und das hier können wir leider auch nicht machen. Die Typen vor dem Bunker, die sind zu stark. Die werden mit Nails nicht kaputtbar sein. Oder auch mit anderen Charakteren. Ähm... Ist auf jeden Fall... Die kann man theoretisch killen. Aber da müsste man immer den Sektor verlassen. Wieder betreten. Verlassen, betreten. Verlassen, betreten. Und das ist mir dann auch zu blöd. Ähm... Also wir haben hier Feinde. Wir haben da Feinde. Aber eigentlich ist das Quatsch. Weil... Die Feinde könnten auch hier sein. Und die Feinde können auch da sein. Und da stehen auch welche. Ähm... Wir fangen hier an. Tarnen. Und... Sollten... Ähm... Die Schrotflinte... Ah... Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Machen wir mal so. Hier steht auf jeden Fall einer einzeln rum. Den können wir umbringen. Übrigens, wenn man kein... Kein Messer haben sollte zu dem Zeitpunkt... In dem Haus ist, glaube ich, garantiert ein Messer. Und ein Dietrich. Ah, da ist ein Gegner. Okay. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir den zeitig erreichen. Vermutlich nichts. Ich laufe mal hier vorbei. Hey, was ist das? Ja, das hat funktioniert. Wenn wir jetzt da hinlaufen, sind wir... Nein, das ist immer noch nicht gut genug. Aber ich glaube, das müsste jetzt funktionieren. Dann... Ja. Batsch. Kapott. So, wir haben noch ein Ziel da unten. Der ist aber weit genug weg. Der hat eine schöne Hose. Wow. 40 Prozent. Das Auto können wir mal gerade zerlegen, wo wir schon hier sind. Und dann reisen wir mal rüber zu diesem Schergen. Die sind noch in einem Dialog gleich. Ähm, den könnten wir abmessern. Bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Wir könnten die auch zwei jetzt mit der Schrotflinte bearbeiten. Aber... Ja, das ist echt ein Problem mit Nails. Mit seinen limitierten Aktionspunkten. Und ich mache ihn mit seinem eigenen Blut. Ja, die Villeguier müssen uns respektieren. F*** den Respekt. Sie schreiben es falsch. Mhm. Da sollten wir idealerweise aber gucken, dass die einzeln sind. Also, der eine sollte weglaufen. Hm. Das dauert vielleicht jetzt ein bisschen. Lauf, lauf! Wir können uns das auch von hier ansehen. Da ist der andere. Der steht neben dem Fenster. Aber leider können wir den da... So, der geht weg. Okay. Dann gehen wir hier rein. Wir müssen gucken, dass er möglichst nah zu dem rankommen. Bevor er uns sieht. Da funktioniert's. So. Und jetzt ran. Hallo? Das hat zwar nicht gereicht, aber jetzt ist er wach geworden. Versucht jetzt wegzulaufen und wird sofort abgemessert. Quatsch. Wunderbar. On my way. Inspiriert sind wir auch, aber naja. Moral hoch. Okay. Schrotflinten-Amo. Sehr gut. Und der nächste bitte. Der Typ kommt zurück. Da... Da... Ähm... M-m-m-m-m-m... Da müssen wir mal gucken. Der sieht jetzt wahrscheinlich die Leiche. Da müssen wir mal gucken. Das muss wirklich ruhig machen. Ja, das reicht nicht mehr, um da ranzukommen. Aber eventuell... Wir sind noch... Wir sind zumindest noch so dran, dass der jetzt weglaufen wird. Und kriegt auch sofort wieder eins ab. Und auch direkt wieder krank. Okay. Schrott. Oh, wir haben ein Rohr. Damit könnten wir jetzt einen Schalldämpfer dran bauen oder so. Da kommt der Nächste. Der kommt aber nicht näher ran. Die drei hier, die hängen halt so ein bisschen zusammen. Da müssen wir mal schauen, wie wir da wen ausschalten können. Ohne, dass wir direkt alle triggern. Einer geht immer mal wieder hier rein oder stellt sich da in die Ecke. Das Körper wurde nicht so weit weggekommen. Da. Eventuell können wir den einzeln wegbekommen. Aber der läuft jetzt gerade. Das geht aber. Und die anderen haben den jetzt noch nicht gesehen. Aber da müssen wir uns jetzt beeilen. Weil die Zeit... Also lange wird es nicht dauern, bis die die Leiche sehen. Und da zufällig jemand vorbeiläuft oder so. Da ist wahrscheinlich noch jemand auf dem Dach oder... Da ist einer. Okay. Der hat die Leiche jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen. Hm. Wir gehen mal da rüber. Ah, der andere ist auch da. Äh. Dann warten wir hier lieber. Ich weiß nicht, ob der die Leiche sieht oder... Da kämen wir wahrscheinlich ran. Aber ich weiß nicht, ob wir dann von dem anderen wieder wegkämen. Wo ist der andere jetzt? Der andere ist weggelaufen. Das kann sein, dass der andere jetzt da in dem Haus steht. Das würde dann also funktionieren. Hallo? Marodeur ist überrascht. Äh. Das kam von da, das überrascht sein, oder? Bin mir nicht so ganz sicher. Ähm. Im Moment sind wir jedenfalls... Dann... Machen wir die das einfach so. Gucken mal. Keine Ahnung. Gehen wir mal da rüber. Kann auch sein. Oh, shit. Okay. Das war natürlich so nicht geplant. Ne, das war so überhaupt nicht geplant. Unerreichbar. Wir laufen jetzt dahin. Und eventuell will der dann weglaufen. Ja. Ja. Wir sind so ein bisschen blutbefleckt worden. Ja, den könnten wir jetzt natürlich eliminieren. Aber, ähm... Das war so natürlich nicht geplant. Und wir werden versuchen, die Wunden zu vermeiden. Also, das machen wir jetzt nochmal in schön. Der... Der... Ne, der geht da nicht rein. Der eine ist gerade aufs Dach geklettert. Aber der kommt da auch recht schnell wieder runter. Also, das... Oh, ein Weisheit bekommen. Okay. Ja, das ist auch sehr seltsam, wie das Spiel da funktioniert. Mit diesen Stufensteigerungen. Weil das Laden und Speichern das resettet. Dass er nochmal wieder ein Weisheit-Roll haben darf. Aber weiß er das jetzt echt nicht, das, was wir brauchen. Aber, gut. So, der wird hoffentlich bis da vorne wieder laufen. Und da waren jetzt noch andere. Der andere Typ sitzt da vorne. Ja, da müssen wir erstmal geduldig sein. Der andere Typ ist weg. So, der ist... Ah, da hat jemand Schmerzeslaute gehört. Okay, jetzt haben wir aber beide leider aktiv. Das ist nicht so gut. Gehen wir da rüber. Den eigenen getroffen. Aber da haben wir es dasselbe wieder. Also, das... Das hat auch nicht funktioniert. Das müssen wir... Da müssen wir besser gucken, dass die sich... Dass die nicht alarmiert werden. Also, ich glaube, das Einfachste, was man hier machen kann, ist, ähm... Zu gucken, dass man den Typen, der hier in das Haus reingeht, der stellt sich da vorne hinter die Ecke. Genau. Den kann man umbringen, ohne dass die anderen das mitbekommen, glaube ich. Eventuell könnte man den auch oben umbringen. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, der klettert da auch runter, und dann könnte man den da umbringen. So, da machen wir mal gerade das. Und dann gehen wir da rüber. So, der hat uns zwar jetzt gesehen, das ist aber unproblematisch. Und den können wir jetzt... auch abschnetzeln. Inspiriert. Und der andere hat noch nichts davon mitbekommen. Mhm. Der hat jetzt die Leichen aber gesehen. Ich weiß nicht, ob das reicht schon, um den zu killen. Und das ist... Der ist halt schon fies, ne? Mh... Aber das müsste passen. Ja. Und das war jetzt, glaube ich, elegant, ja? Ja, ja, Emma. Vielen Dank. Und du auch. So. Nachladen. Let's see what we got. Oha. Zwei AKs. Die brauchen wir nicht. Die andere nehmen wir mal mit. Aber müssen wir mal schauen, wie sinnvoll das, äh, dann wird. Land rubber. So. Das können wir leider nicht reparieren. Dafür reicht die technische Fähigkeit nicht aus. On my way. Schauen wir mal, ob wir hier noch was mitnehmen können. Wer's gonna suggest that? Nö. Sounds good. Check it out, Scooter. Da haben wir wieder Weisheit erhalten. Jawohl. Ihr Mann. Wir werden ja Mann suchen. Übrigens, das wurde das, ähm, was man auch hätte sagen können, um die zu beruhigen, hätte Führung gebraucht. Das hätte mit dem nicht funktioniert. Okay, das wäre das gewesen. Dann reden wir mit den beiden. Who are you? Emma hat uns geschickt. Naja, wir geben unser Bestes, den zu verschonen. Naja, er ist fehlgeleitet. Naja, ja, 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 ja. Ja, ja, tschüss. Und dann mit dem anderen noch. Da bekommen wir jetzt die Mission mit dem, ähm, Maschinengewehr und dass wir eine Miliz ausbilden sollen. Das werden wir aber nicht machen. Zumindest noch nicht, weil das, ähm, mit dem Nails so nichts, äh, mit der Beweglichkeit nicht zu machen ist. Wir brauchen ein Boot. Okay, tschüss. Au revoir. Ähm, wäre natürlich schon cool, wenn wir das machen könnten und diese Quest abschließen können, weil das auch ein Batzen Erfahrung bringt, aber... Aber das wäre ein sehr extremes Rumgefummel. Das werde ich nicht, nicht tun. So. Hiermit sind wir also auch durch. Und damit werde ich hier erstmal noch einen, äh, MySafe Game machen. Jawohl. Und da habe ich auch gleich einen Schnitt gemacht, weil ich was verplant habe. Aber, äh, wir werden jetzt, ähm, mit, äh, äh, ja, wir werden jetzt erstmal hier hinreisen und uns da einen neuen Auftrag holen und auf dem Weg hier vorbeischauen. Da ist ja der, ähm, Bastien äh, hingeflohen, quasi, zu seiner Familie. Wir werden das hier aber nicht clearn, weil das schaffen wir mit dem Nails nicht. Dafür, ähm, da müssen wir erst noch ein bisschen was steigen, damit das überhaupt möglich wäre und dann lohnt es sich auch nicht mehr da zurückzukommen. Also, das machen wir nicht. Ja, das nehmen wir mit. So, dann reden wir mal hier mit Bastian. Ja, 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 ja. Was für Gastfreundschaft? Mhm. Wir können jetzt theoretisch zahlen, würde Nails den umbringen, weil der Psycho ist. Wir sagen aber Hände hoch. Oh, we're just kidding, my friend. My associates, they, ähm, they watch too many gangster movies. What? Äh, ihr solltet uns bezahlen. Okay, 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 let us be reasonable. We're just poor scavengers. Aren't we, boys? We don't have much. Look at my wallet. It's all yours. There's no need for violence. Okay? Na, da, da. Ich habe eine Wallet. I don't even have that. Bastian, we are going to have a talk. I don't know if it's such a good deal for us. This is a dangerous island. A lot of people are up to a lot of trouble. You'd be forcing us to be at the mercy of Thugs and Robbers. Eure Waffen sofort. Easy now. Take it easy. That's okay. No problem. Take our weapons. Me and the boys. Maybe we'll just take up fishing. Right? Ja, genau. Und... I got some stuff over here. Damit haben wir nochmal Erfahrung bekommen. Und... Ja, die sind aber nicht so dolle. Die können wir auch direkt verschrotten. Und... Das nehmen wir auch gerne mit. So. Let's see what we got. Da haben wir... Die können wir... Die werden wir niemals verwenden können. Aber okay. Dann werden wir hier gerade noch ein paar Sachen einsammeln. Und dann die Zone aber wieder verlassen. Also die Leute, die hier in der Zone sind, die Gegner, die werden wir nicht töten können. Da werden... Brauche ich auch gar nicht zu versuchen, die zu töten. Da kommen wir einfach nicht schnell genug weg, um da irgendwie was gescheit zu machen. Vielleicht, wenn wir später noch Grit hätten, aber ich glaube, selbst damit ist das... Also wenn wir einen Stufenaufstieg hätten, aber ich glaube, selbst damit ist das quasi nicht möglich. Ah, vielleicht... Ich glaube, dafür fehlt uns die... Ja, weißheit fehlgeschlagen. Wichtig ist dieses Grab. Denn da... Äh, das war kein Grab. Hier ist nur noch eins. Was? War hier nicht eine Sache, wo man... Ähm... Noch zusätzlich was finden konnte? Oder finde ich das einfach nur nicht, weil der... Nicht klug genug ist? Hm. Ich meine, hier wäre ich auch schon mal gewesen. Und da wäre nochmal ein Heft mit Treffsicherheit gewesen. Aber... Wie dem auch sei, das sehen wir hier nicht. Vielleicht, weil wir in der Nacht hier sind? Keine Ahnung. War ich da jetzt schon? Ja, das ist echt... Wundert mich jetzt sehr, dass wir da das nicht mitnehmen können. Laying rubber. Been loud my whole life. Expect me to be quiet now? Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir gerade so unter einem Threshold sind. Weiß seit 80. Eigentlich nicht. Ich denke, ich habe meine Panty. Hm. Auf meinem Weg. Okay, das... Hier können wir auf jeden Fall soweit nichts machen. Ich könnte das einfach machen. Dann werden wir hier weiterziehen. Und... Erstmal zu dem... Ähm... Zu dem Pierre laufen. Ja, wir werden jetzt erstmal nur mit ihm reden. Hey, was ist das? So. Hold your fire. These are the mercenaries. So you are the reason why Bastien is the major teacher. Genau. Ähm... Du, das ist also die Legion? Yes. We are the patriotic Legion of Grand Chien. The new protectors of this country against foreigners like you. Äh, wir sind hier, um der Legion beizutreten. You? You wish to be legionnaire? Ha! Well, perhaps you know a winning side when you see one. Very well. To show me your worth, I want you to do what my soldiers failed to achieve. Place the flag of the Legion on Flag Hill and you will be welcome in our fortress. Ja, damit haben wir jetzt nochmal eine Mission von Pierre bekommen, eine Flagge zu hissen. Und das werden wir doch gerne machen. Wenn das Erfahrung bringt, dann immer gerne. So. I'm here and I'm ready to roll. Ja, ready to roll. Wir speichern jetzt hier nochmal, ähm, auf my safe game. So. Wir werden jetzt, ähm, hier erst nochmal runter und das mit Didi erledigen. Ich glaube, wenn man Didi zuerst erledigt und dann dahin geht, dann, ähm, wird er einem die Option nicht mehr anbieten, weil man quasi alles andere schon erledigt hat. Es kann auch sein, dass man diesen Angriff erst abgewehrt haben muss. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ganze verbaut. Ähm, ja. Wir gucken jetzt erstmal hier. Ja. Und den Hermann retten. Da haben wir auch wieder den Vorteil, dass wir einen Psychopathen haben. Damit braucht man den Kampf gar nicht machen. Wir müssen hier an einer Stelle jetzt ein bisschen tricksen. Denn, ähm, hier sind ja die Minen. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Steigerung. Ja, Mann, du tanzt wie ein Pregneter. Was ich nicht? Ja. Gib dein Geld. Ja, da ist er auf eine Mine getreten. Verschwinde! Okay, gut. Vergiss es nicht. Die Spiele ist vorbei, ich glaube. Lass uns noch ein bisschen mehr Böse finden. Naja, damit sind die jetzt weggelaufen. Wir gucken aber jetzt mal, dass wir diese Mine hier... Und dafür haben wir jetzt einen Sprengstoffpunkt bekommen. Und der ist sehr wichtig. Damit wir hier an die 80 kommen. Werdet ihr gleich noch sehen. Da ist auch noch eine. Aber wir können halt nur einmal steigen. Ansonsten müssten wir speichern. Beziehungsweise wir müssten laden und das nochmal probieren. Weil er... Man kann nur einmal steigen pro Reload quasi. Er ist total bescheuert. Also ich kann auch 10 Minen entschärfen. Wenn ich bei der ersten keinen Skillgain bekommen habe, kann ich bei der anderen neuen auch keinen bekommen. Wenn ich bei dem ersten aber einen bekommen habe, dann kann ich das Spiel speichern. Kann dann das Spiel laden. Damit wird der Gain für die Karte resettet. Und dann kann ich beim zweiten wieder einen Skillgain bekommen. Total bescheuert gemacht. Aber ja, so ist es halt. Dann werden wir hier die Mine mal entschärfen. Dafür brauchen wir keine 80. Das ist auch so kein Problem. Jawohl. Was ist eigentlich los? Okay, erzähl. Was ist mit Didi? Okay, tschüss. Okay, wir sagen nichts. Wir können nichts versprechen. Und dann, ja, da werden wir jetzt noch mit... Well, I might just do that. Weisheit. Kräuter gefunden, Kräuter gefunden. Wir könnten jetzt die ganzen Minen noch entschärfen. Aber das würde schlussendlich dann auch nichts bringen. Ja, also so viele Teile... Brauchen wir dann auch gar nicht. Das wäre alles... Wir haben ja maximal dann drei, vier Waffen oder sowas, die wir überhaupt mitnehmen könnten. Wir können jetzt hier zwar noch... Aber hier gibt es auch Minen, die kann der Nails nicht entschärfen. Und da fliegen wir dann auf jeden Fall in die Luft. Von daher will ich das da jetzt auch nicht... Ja, übertreiben, sage ich mal. So, das fliegt jetzt erstmal in die Luft. Gehen wir hin und wieder weg. Hin und wieder weg. Hin und wieder weg. So. Dann looten wir hier den Kram mal. Jawohl. Und das hier nehmen wir auch noch mit. Schrott. Ich glaube, jetzt hat er noch... Hier hat er gestackt. Okay. So, dann werden wir den hinlegen. Und das seht ihr gleich wie so. Dialog. Ja, 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 ja. Geht es ihnen gut? Nettes Haus. Vorsichtig damit. Ah, was bist du so angry about? No one got hurt. When something explodes, people are usually only angry at me, because they lost their favorite hand. You didn't even lose a finger. Ja. Verkaufst du Sprengkörper? Ja, aber... Naja. Sprengkörper. Oh, is it Christmas already? Mhm. Damit haben wir jetzt der rote Draht bekommen. Ähm, erzähl. Äh, took for... Scherzen. Und da macht die halt einmal eine Explosion. Und, ähm... Wenn wir liegen, kriegen wir dadurch kaum Schaden. So, mit dem roten Draht kommen wir jetzt auf 80. Und das ist wichtig. Die 80, die braucht man, um die Dialogoption bei ihnen nutzen zu können. Ansonsten muss man die quasi umbringen. Oder halt stehen lassen. Ähm, okay. Wir haben aber noch mehr mit Scherzen. Da kriegen wir noch eine Granate. Scherzen. Da passiert aber, glaube ich, nichts mehr. Ähm, Präsident Lafontaine. Warum Bombastic? Und da, hör auf, der Legion zu helfen. Und dafür brauchen wir 80, um diese Option nutzen zu können. Aber, however, they don't allow me to go near their fort. Sprengstoff-Check erfolgreich. Was hältst du von Basil? Warum Sprengkörper? Okay. Damit hätten wir das erledigt mit ihr. Ah, babe. You got it, Scooter. Und wir haben auch, ähm... Hier jetzt einen Stufenanstieg. Und, ja. Das Problem ist halt, ohne Beweglichkeit 70 können wir den nicht nehmen. Der ist aber essentiell. Ähm, was wir aber jetzt nehmen werden, ist voller Körperkontakt. Damit wir hier ein bisschen Eifer als Puffer haben. Und, ähm... Ja, wenn wir weniger... Also, damit kriegen wir dann hoffentlich gar keinen Schaden. So. Ähm... Dann werden wir jetzt noch unser Ziel erfüllen und da hinlaufen. So. Der ist müde geworden. Ja. Und... wir müssen hier hin das hier habe ich anscheinend vergessen mitzunehmen oder es ist neu gewachsen keine ahnung jedenfalls müssen wir das mal looten wahrscheinlich habe ich es einfach nur übersehen so mit diesem ding können wir jetzt interagieren ja natürlich wissen wir das dann reisen wir erst mal wieder zurück zur stadt und dann da geben wir das ab wobei da bin ich mir nicht ganz sicher wir dürfen das eventuell in der stadt nicht triggern eventuell müssen wir das aber triggern ich gucke jetzt erst mal ich werde jetzt hier erst mal so speichern und werde mal gucken ob das so theoretisch noch funktioniert ob wir die quest abgeben können weil eventuell verbaut man sich da dann auch was da bin ich mir nicht sicher wir werden jetzt erst mal ja kämpfen wenn jetzt erst mal mit dem mit dem pier noch mal reden und gucken ob wir das jetzt noch abgeben können diese quest weil jetzt haben wir das mit die die gemacht eventuell haben wir uns das jetzt verbaut ja 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 okay das machen wir jetzt aber noch nicht das werden wir dann beim nächsten mal uns anschauen also es gibt 500 erfahrungspunkte das ist schon eine ganze menge für diese quest und wenn die alles auf einem charakter land ist das natürlich noch umso krasser und ja wir müssen eben gucken dass wir hier an unserer nächsten stufe arbeiten stufe 6 und ja idealerweise müssten wir hier auch mit der beweglichkeit nachziehen um das nehmen zu können ansonsten aber das hier ist eben auch noch super nötig auch damit wir da gefahrlos dann später die typen um nutzen können und das hier wäre auch noch gut damit wir quasi mit jedem schlag eintöten also damit soll mal gucken das hier ist aber auch noch stark das müssen wir auch noch mitnehmen da gibt es auf jeden fall noch genug zu stellen zu mitzunehmen hier für unsere stufen müssen wir schauen das soll es jedenfalls für dieses mal dann gewesen sein und beim nächsten mal werden wir uns den pierre und das vor vornehmen wenn wir es noch und die quest hier abgeben wenn wir dadurch noch mal eine stufe bekommen sollten könnten wir auch vielleicht den bunker versuchen und das maschinengewehr zu holen da bin ich mir aber nicht so sicher ob das klappen kann neue folgen wird es immer samstags und sonntags geben wie gesagt ich pack das auch alles in der play in die playlist rein also falls ihr das jetzt nachträglich schauen solltet könnt ihr auch die playlist aufmachen da sollte dann alles schön rein sortiert sein ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben was ihr von diesem von dieser art playthrough handelt wo wir wirklich nur gezielt dieses eine ziel gezielt ist eine ziel verfolgen mit dem einen charakter da durchzukommen wirklich alles andere weg klicken ich kann mir vorstellen dass es nicht für jedermann was ist weil wir natürlich keine story und sowas im endeffekt haben aber wenn wir das jetzt alles doppelt und dreifach machen dann würde das eben auch das ganze extrem in die länge ziehen weil die dialoge natürlich doch schon einen erheblichen teil auch ausmachen also ja neue folgen wie gesagt immer samstag und sonntag und damit danke ich fürs zuschauen und sagt ciao und bis zum nächsten mal bei bei bis zum nächsten mal und Untertitelung des ZDF, 2020